Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Throne at Liberty. Heute mit einem Video, wo ich wünsche, ich hätte das schon vor Wochen gewusst und euch auch schon vor Wochen mitgeteilt. Das ist echt ein Tipp, den sollten alle unbedingt wissen. Deswegen teilt das Video auch sehr gerne mit euren Freunden, weil das ist ein Tipp, den kann ich nur wirklich jedem, jedem, jedem empfehlen. Wie ihr wisst, werden ja einmal pro Woche die wöchentlichen Missionen hier ausgewertet. Das ist jetzt nicht der Tipp, aber ihr wisst, hier können richtig coole Sachen rauskommen, gerade bei den Koop-Dungeons als auch bei den Gilden-Dungeons. Dafür könnt ihr hier einfach mal dieses Prozentchen drücken und dann schauen, was es hier alles drin gibt. Hier gibt es fast, oder ich glaube sogar jedes lila-Item im Spiel zu bekommen. Das heißt, mit einem Quäntchen Glück könnt ihr echt coole Sachen bekommen, wie zum Beispiel hier. Eingehüllte Münzkette ist ein Boss von einem Boss, 0,6%. Oder so wie ich Band der Universal macht, etwas von Belandir. Wenn ihr hier schaut, übel reingelackt, einmal erhältlich durch, nur durch Königin Belandir. Das ist aber immer noch nicht der Tipp, weil wenn ihr euch zurückerinnert an ein paar Wochen zuvor, habe ich euch ja erklärt, wie ihr eine Eigenschaft extrahiert und diese dann im Auktionshaus verkauft. Dafür könnt ihr einfach mal hier immer schauen, ihr geht auf das Item drauf, geht dann auf Eigenschaft rausziehen, Eigenschaftsextraktion, nehmt den Ring, geht hier rüber und drückt dann Dreieck. Dann seht ihr das schon, im Auktionshaus suchen. Und dann könnt ihr euch das Item hier anschauen, klickt ihr hier drauf und seht, Maximaler Mahne 899, hat der Lu nicht so reingelackt, sehr günstig. Schwächungschance aber 4000, Fesseln 4000, Fähigkeitsschadensbonus 4400 und Buffdauer 5000. Das bedeutet, von 5 Eigenschaften hat der Lu, ja, das Schlechteste bekommen. Und da gibt es jetzt den Top-Tipp überhaupt. Alles was ihr dafür braucht, sind blaue Eigenschaftsumwandlungssteine. Und wenn ihr habt, vielleicht sogar Eigenschaftsfreischsteine. Aber was ihr dann einfach macht, ist auf diesen Ring oder auf dieses Item gehen. Ihr dürft das auf gar keinen Fall leveln oder irgendeine Eigenschaft hinzufügen oder irgendwas damit machen. Ihr geht hier drauf, geht auf Eigenschaften auf den Ring oder auf das Item, was ihr gerade wollt. Und sagt dann hier, Eigenschaft selektiv umschalten oder Eigenschaftsumwandlung. In meinem Fall würde ich mir die Fähigkeitssteine sparen, weil alles was es hier oben gibt, ist besser als das, was ich drauf habe. Deswegen setze ich jetzt hier diese 100 Steine ein, da erkläre ich auch gleich, wo ihr die herbekommt. Das ist relativ easy, da kriegt ihr jede Woche mindestens 100. Ich sage Eigenschaftsumwandlung und bekomme Fähigkeitsschadensbonus. Das ist tatsächlich so genau das Beste, da können wir sogar überlegen, den Ring zu behalten. Und jetzt kann man anstatt maximaler Mana, nämlich Chance auf Fähigkeitsschadensbonus rausziehen. Und kriegt dafür dann anstatt eben 899 maximaler Mana, jetzt 4400. Und da sind aktuell auch 12 Stück zum Verkauf. Das heißt, ich kann da mal easy auf 4000 gehen und habe mit 100 Eigenschaftsumwandlungssteine aus 899 Lucent 4400 Lucent gemacht. Und das ist eine ganz wichtige Sache für alle da draußen, die vielleicht auch sehr seltene Drops von Weltenbossen bekommen. Ihr solltet diese Eigenschaftsumwandlungssteine, ich zeige euch gleich, wo es die gibt, immer behalten und genau für solche Fälle einsetzen. Oder ihr habt ein sehr seltenes Item, was ihr selber benutzen wollt, aber es macht natürlich unfassbar viel Sinn. Ihr seht, ich habe das Fünffache jetzt rausgeholt und kann jetzt einfach sagen, ich ziehe das raus. Das werde ich einmal mit euch machen, damit ihr auch genau seht, dass das natürlich funktioniert. Dafür braucht ihr nur Eigenschafts-Extraktionssteine, die gibt es fast überall, kostet 25. Das, ich glaube, da werden die meisten wissen, wo es die gibt. Sage extra hier, hab das Ding extrahiert und kann das jetzt im Auktionshaus verkaufen. Das heißt, ich hatte natürlich unfassbar Glück in der wöchentliche, aber hatte dann Unglück mit der Eigenschaft. Ist aber vollkommen egal, weil ich die Eigenschaft einfach umtauschen kann. Gebt den hier rein, sagt den mir oben schon, durchschnittlich 4200 und niedrigster 4400. Jetzt kann ich hier einfach auf 4000 gehen, annehmen und ich verspreche euch, der ist innerhalb der nächsten 60 Minuten weg. Und der Lou hat endlich wieder ein bisschen Luce im Plus gemacht. Also, guckt immer eure wöchentlichen Belohnungen durch. Ganz wichtig sind da tatsächlich die Koop- und die Gildenbelohnungen. PvP könnt ihr komplett vergessen, die sind total irrelevant. Und die Weltbelohnungen sind auch nicht so der Rede wert. Da könnt ihr einfach mal durchgehen, aber da sind nur heroische Sachen, ist alles nicht so spannend. Aber gerade Koop, das heißt jede Woche 4200 und 500 Dimensionsmarken ausgeben, als auch Gildenressourcen spenden. Also alle drei am besten machen, um die maximale Chance hier auf ein cooles Item zu bekommen. Wenn ihr noch eine Gilde sucht, um diese Gildenmissionen abzuschließen, dann kommt gerne zu uns. Wir sind super aktiv. Wir sind glaube ich auch in der Top 30. Ah, wieder Platz 32. Wir waren gestern auf Platz 31. Wir klopfen ganz knapp an die Top 30 an. Also wenn ihr da noch dazukommen wollt, kommt gerne dazu. Wir sind auf dem Server Brass, beziehungsweise Geist auf Deutsch. Und suchen da immer wieder aktive Leute und versuchen immer den Clan so aktiv wie möglich zu halten. Außerdem solltet ihr jetzt alle mal auf eure Bank gucken und schauen, was habt ihr denn da so rumliegen. Wie ich hier zum Beispiel. Einmal ein paar Schuhe, einen Kopf, hier einen Folianten und einen Bogen. Und dann mal schauen, ob vielleicht eine andere Eigenschaft, die nicht auf dem Item drauf ist, besser wäre. Dann wechselt ihr das und dann verkauft ihr das. Also es ist ein super Top-Tipp, wo die meisten von euch, die das Video jetzt gerade gucken, wahrscheinlich Lucent, die das noch nicht wussten, Lucent verdienen können. Ich kann einfach mal als Beispiel hier diesen Kopf nehmen. Da weiß ich, Nahkampf ausweichen ist total unspannend. Aber wenn ich mal schaue, was sonst noch so drauf sein kann, dafür gehe ich hier wieder in das Auktionshaus. Ich hoffe, ich habe das hier vorher nicht vorher geprüft. Ich hoffe, das ist ein gutes Beispiel. Deswegen gehen wir hier einmal rein. Ups. Einmal drauf. Passt nicht perfekt, aber ihr seht hier schon, maximal Gesundheit wäre zumindest bei 159. Und das, was ich hatte, sind nur um die 40. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Einfach mal auf jedem Item, was ihr habt, schauen, was ist so da das Höchste. Es gibt nämlich da ganz tolle Eigenschaften, die sehr wichtig sind. Wie zum Beispiel Fähigkeit Schadensbonus, was ich eben hatte. Oder Attack Speed. Also wenn ihr zum Beispiel die Armbrüste von Rex habt, auf der hohen Kante hier. Und die hat Eigenschaft, ich weiß nicht, Trefferchance. Oder irgendwas anderes, was schlechter ist. Dann könntet ihr versuchen, das auf Angriffstempo umzuändern. Und kriegt ihr richtig viel Loosen dafür. Deswegen schaut alle auf jeden Fall mal bei euch auf der Bank nach. Und behaltet das im Hinterkopf für alle Drops, die ihr in der Zukunft im Koop-Dungeons und so weiter bekommt. Und ganz wichtig, müsst ihr natürlich auch wissen, wo es diese Eigenschaftssteine gibt. Die könnt ihr nämlich immer einmal pro Woche 100 Stück von der Gilde kaufen. Es ist also unfassbar wichtig, dass ihr in einer Gilde seid. Und dann könnt ihr hier, seht ihr, habe ich schon wieder gemacht, 100 Stück pro Woche kaufen. Aktuell gibt es die auch im Kampfpass. Deswegen auch ganz wichtig, dass ihr jeden Tag diese Aufgaben macht. Also für alle, die auch vielleicht noch einmal die Woche reinschaut, glaubt es mir, ihr ärgert euch am Ende. Hier gibt es jeden Tag 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Sternkristalle. Wenn ihr voll seid, dann ist jedes dieser Punkte, wird umgewandelt in Sternkristalle. Ihr seht gerade, ich habe 7,50. Und dann könnt ihr hier auch wieder Umwandlungssteine kaufen. Insgesamt waren es, glaube ich, 15 mal 10, also 150, zumindest mal eine Extraktion möglich. Und es gibt die Dinger auch noch im Schmuckladen. Das heißt, wenn ihr hier im Laden seid und Schmuckmünzen habt, dann könnt ihr hier unten die Dinger für Schmuckmünzen kaufen. Falsch, das waren die Eigenschaftsextraktionssteine. Aber da gibt es verschiedene Quellen, wo ihr die bekommen könnt. Zum Beispiel auch die mystischen Schlüssel, die ihr kaufen könnt beim Vertragsmünzenhändler. Hier 5 Stück jeden Tag. Und aus der Kugel, die ihr damit aufmacht, können auch Eigenschaftsumwandlungssteine drin sein. Deswegen auch ganz wichtig, diese hier jeden Tag 5 Stück zu kaufen. Auch wenn ihr sagt, ich werde heute nicht spielen, ich habe heute keine Zeit. Lockt euch einmal ein, kauft die 5 Schlüssel und lockt euch wieder aus. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr Zeit habt, dann macht ihr auf jeden Fall hier auch noch die Aufgaben, um die maximalen Sternenkristalle zu holen. Glaubt es mir, gerade in dieser Season ist der Sternenkatalog, der Sternenladen hier richtig, richtig gut, wenn ihr hier schaut. Es gibt Abgrundmünze, Dimensionsmarken, Umwandlungssteine, Frucht des Überflusses, eine Stunde lang 100% mehr Soland, 50 Widerstandsverträge. Also es ist wirklich diesen Monat sehr, sehr wichtig, dass ihr hier so viel reingrindet, wie es geht und hier wirklich alles kauft. Einige Zeit habt ihr noch, noch 20 Tage, deswegen ist es noch nicht zu spät. Schaut da auf jeden Fall noch rein und ja, nehmt den Tipp mit. Ich hoffe, das Ganze hilft euch weiter. Das ist ein super Tipp meiner Meinung nach. Grüße gehen da auch raus an Smokewassel Gilde, der mir den Tipp erst gesagt hat, als ich heute den Ring gezogen habe, leider mit maximaler Mana. Hat er gesagt, ey, wechsel doch einfach von maximaler Mana auf einen anderen und bumm, du hast 4x, 5x so viel Lucent. Und ja, gesagt, getan, einfach mal das 5x ein Lucent jetzt quasi verdient. Wenn ihr nichts zu Throne in Liberty verpassen wollt, würde ich mich natürlich selber ein Follow freuen. Und ganz wichtig, diesen Sonntag natürlich wieder Gildenbosse, aber diesen Sonntag auch die Burgbelagerung. Wenn ihr da live dabei sein wollt, dann gerne mal auf Twitch vorbeischauen. Diesen Sonntag wird es einen heftigen Stream geben, das wird sehr, sehr spannend. Ansonsten gibt es die Zusammenfassung dann am Montag. Wie gesagt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da, das würde ich mich sehr freuen. Ansonsten ein Like auf das Video lassen und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.